Mein Name ist Hans-Peter Fricke. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Fricke-Gruppe in Hesling in der Wieser Elbe Region und wir beschäftigen weltweit 2700 Mitarbeiter. Wir sind Großhändler für Landtechnikersatzteile, Baumaschinen, Gabelstapel, Ersatzteile und beliefern 40.000 Kunden in Europa. Wir haben also in jedem Land Vertriebler auf der Landstraße, die die Kunden besuchen. Dass wir die Sprachen sprechen, dass wir vor Ort sind, beschäftigen uns dann natürlich viel, viel stärker eben mit den Sortimenten, die eben in Italien, Polen, Schweiz, Dänemark gebraucht werden. Der Exportanteil liegt also circa bei 51 Prozent mit wachsender Tendenz. Wir haben ein eigenständiges Vertriebsteam, wir haben einen Verkaufsdirektor für das Land. Ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir motivierte Leute haben. Also es sind nicht immer nur die Produkte, sondern eben auch ganz wichtig, sicherlich Fachwissen und Optimismus. Unsere Vision für die Zukunft ist, dass wir also unsere Länder weiter ausbauen. Momentan beschäftigen wir uns mit Nordamerika, dass wir noch digitaler werden und da sind wir schon sehr gut unterwegs.